Ich nehme das jetzt auf auf und lasse auf YouTube auf, ne? Also wenn ich für Smoke lege, dann lasse ich, ähm, ich kann ruhig schießen, weil ich sehe die Leute. Ja, ja, ich weiß ja, Thermalvisier. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Es gibt ja viele Lappen, ne? Ja, manchmal sieht man das Lappen, aber bei mir leckt das Lappen manchmal. Okay. Ich tippe mein Schatz. Das ist ja nicht so. Oh. Ich tippe mein Schatz. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist besser, Stacheldraht oder mobiler Schild? Ich wollte die liebste. Du hast Kapka. Ja gut, wir haben eine Lose. Aber ich mit dir ist das einfach so okay. Den Raum sichern, wir müssen den Video-Gefahrgut-Verhälter schützen. Kleiner Tipp, du mein Stock wird höher und dann mit rechts. Ja. So weiter. Ich musste noch eine Wester holen. Aber wo bist du? Oh, jetzt sind wir runter. Dieser Produkt ist fertig! Es bleiben fünf Sekunden. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter nicht gefunden. Sie versuchen ihn während des Angriffs aufzuspüren. Bist du da oben, Chris? Und die Drohne? Kommt man doch hoch, wie du bist. Und bei mir ist ein Gegner. Ja. Danke. Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir, Chris. Alles gut. Äh, das war der Sniper. Nicht einmal. Nicht einmal. Ja. Nicht einmal. Ja. Nein. 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 Letzter verbleibender Gegner. Gegner eliminiert, Mission erfolgreich. Weiß man das jetzt. Für dich kämpfst du in der Ende. Wolltest du mal wieder gräsen, ne? Aber es war halt manchmal wirklich unlogisch. Welches Bissi ist am besten Reflex, Arco, Kulo? Arco, ja. Ich muss mich jetzt an das Spiel gewöhnen. Bayern-Buspiel. Ja, ich spiele eigentlich nur Fortnite. Nicht so. Das ist ganz andere, das ist so ein Taktik-Shooter. Ja, Wollten, das passt nicht. Das ist nur so vergänglich geworden. Ja, ich habe jetzt endlich mal einen Vinson-Mann bekommen. Den Standort des Bio-Gefahrgut-Gehälter 10. Wir haben das nicht hier unten sein, weil sie... Ach, ach, ach. Aber wenn du unser Locker-Spiel in den Taktik-Gehältern hast. Ja. 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 Dann hast du wieder glätzt hier, ne? Da hat dich kommuniziert. War das schon einer? Hier ist Stachel-Drapping. Ja, den Weg. Hör auf. Wir sind überall in den Dudes. Was uns drüber macht. Warte. Oh, ich komme weg, Chris. Oh, nicht. Ich habe gar nicht. Ich sehe ihn. Na, ich bin jetzt da. Ich habe keinen Plan. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Okay. Ja. Ich bin nicht. Äh. verbleibt und kann ich den F drücken mit Sicherung des Behälters fortfahren neutralisiert er hat mich geschrotet war richtig schlecht, also der ist auch da ein ein ein